Innen ist einer und Gas Und mal noch innen, der zieht dich zurück. Doch, doch, zieht zurück, will ich. Oh, da steht einer, da steht einer. Boah, Bruder. Was ist mit ihm? Nachher hat Endo Markus, Alter, geil. Und Telefonbuchsaugen. Hast du einmal lange Weile? Der guckt doch ins Telefonbuch nach Autoersatzzeile. Hörst du die Seiten flutter? Ähm. 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 Ich gab dir alle Raum da, Frederik, und du einfach nicht erholst. Ähm. Flash all you want, buddy. Still didn't make the path. Penalty? Unsafe Pit Entrance? 40 Sekunden? Super Anzie. Anzie in 9. WHAAAT? WHAAAAT?! WHAAAAT ARE YOU DOING?! It's so easy to do that in that corner, the car just gets a little bit destabilized, and then... Holy Crap! What? Oh, is this the guy that... Oh, that's what happened. Oh, I thought he would hit that fence. So, if we finish second, we lose 9 I-Rating. No, mate, what the fuck? Hell, what the hell? What do you mean, what the hell? You just turned inside of me. You can see the grass? People are saying he's not. Hey, we'll check. We'll check after the race. We'll all check together. Oh, I'm happy with that. That was a good couple of overtakes and a couple of quarters. Stay on the ride. Oh, hay gente lanzando a Sendit por detrás. Fucking idiots. ¿Qué hacéis? Fucking idiots. Cómo me alegro que el de la Audi haya muerto porque era un fucking idiot absoluto. Me ha roto el coche. Fucking idiots. Tengo el meatball. No, 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 no. Car on your left. You got a slow car on the right. Clear on the left. So, GT3 holst es auf der Geraden. ein schöner Flug so se ha producido un incidente en Valle del Trueno so du 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 Untertitelung des ZDF, 2020